Den hole ich mir ein, dann hole ich mir seine Rüstung! Ich hole mir seine Rüstung, ich schieße ab! Oh nein, da sind mal viele! Ist mir egal, ich hole mir jetzt den. Ja, der ist ein Feuer. Jaja, der will, dass wir ihn verschworen. Pass auf, das sind mal viele! Oh ne! Drei gegen mich! Ja man, ich hab Eiswert! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Nein! Wie nice! Wie nice war das denn? Hallo! Hallo meine lieben Brötchen! Wir sind hier mit einem Dreisest, schon im 10.000. Mal auf Nicht-Ala-Rossa. Nämlich so, weil wir Game 6. Und wir probieren jetzt mal irgendwie hoffentlich was zu reißen, weil die anderen Runden waren nicht jetzt mega schmackhaft, ne? Ja! Und ich hab'n Schwert und ich hab'n Axt, ich hab'n 12 was für dich. Kommst du mit? Komm, 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 komm! Du sollst dich nicht verzetteln! Nix mehr! Wo bist du? Hallo! Ja, ich bin tot! Ich weiß doch nicht, wo wir lang rennen müssen, aber juckt mich nicht! Renn einfach irgendwo! Die Map ist so einfach, die kann man nicht verkacken eigentlich! Ja, aber ich hab' eben was für dich, weil ich so'n Schwer dir das geben und... Ja, ja, Entschuldigung! Entschuldigung, Mike! Aber Absicht! Hast du'n Schwert? Ja, ich hab'n Schwert! Gut, gut, gut! Die können mal, komm! Oha! Das sind auch voll viele! Der hat'n Schwert! Der hat'n Schwert weggeschmissen, Alter! Du tötest! Ich hab' dich gehittert! Ja, ich weiß! Ich hab's von mir bekommen! Aber wir tun uns gegenseitig gar nicht so doll! Ah! Der hat Stiefel fallen lassen! Ja, hab' ihn! Ich hab'n Steinschwert! Oha! Hörst du mal zu was? Ja, guck, guck, guck! Uh! Brauchst du'n Helm? Jaaaa... Vier! Oha! Du bist schon besser ausgerüstet als ich! Ja, der eine Typ, der hat was fallen lassen, weil er denkt, wie viele Schuhen denn dazu! Gut! Hast du noch'n bisschen was für mich? Für Essen? Nee, Rüstung, ey! Das ist einer! Na, ich könnte dir ne Hälfte von mir geben! Den hol' ich mir ein! Oh nein, es sind voll viele! Ist mir egal! Ich hol' mir jetzt den! Ja, der will, dass wir ihn verschonen! Pass auf, es sind voll viele! Oh ne! Drei gegen mich! Jaaa! Ja, Mann! Ich hab' Einschwert! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Wie nice! Jawoll! Wie nice war das denn? Hast du'n Steinschwert? Ich hab' gar nix, Alter! Ich hab' ein halbes Herz! Fang! 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 Ich bin hier oben! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir oben oben! Nimm'n Steinschwert! Alter, wie nice war das denn? Ich hab' erstmal den noch gekillt mit'n halben Herz! Ich komm' da nicht runter! Hallo! Hab' ich den? Ich hab' den gekillt! Nein, ich hab' den gekillt! Oha! Nice! Chichi! Brauchst du Essen? Ne, ich geh' erstmal hier oben in die Ecke! Oha! War das nice! Wie wir die abrasiert haben! Oha! Drei! Wir haben vier gekillt, den anderen gekillt! Ja, du hast'n gekillt! Das war einfach wirklich GG! Das muss man schon sagen! Du hast'n gekillt! Ich nicht! Du hast'n auch einen gekillt! Nein! Ja, aber was sollst du machen? Komm! Naja, hallo! Ich... Kannst du mal auf mich warten? Naja, ich wart' doch schon die ganze Zeit! Ich könnte dich nicht alleine laschen! Soll ich dir was sagen, was du dafür kriegst? Komm her! Komm her! Einen Kürbiskuchen! Oha! So niss пред. Ja, ich hab' ich gemeint kurz. Ja, hier hab' ich gem Monte. Döe. Oah! Einen Kürbiskuchen,機 essa Charita, eeeh! Einen Kürbiskuchen in die Fresse, oder? Einen Backfall vielleicht nommwer, eh ne? Ne Backfall vielleicht noch nw, nennig. oder irgend sowas. Aber du hast doch die alle gekehrt, du musst, oder? Da hatte ich keine Hose. Komm her, ich hab Schuhe für dich. Oh, hab ich auch. Okay, ähm, du kriegst das von mir und mehr kann ich nicht. Oh, danke. Ja, das passt schon, das ist auf jeden Fall besser als gar nicht. Da ist noch ein Drang drin. Die nehm ich. Ja, alle krieg ich einen. Du hast doch schon einen. Ja, einen, du hast drei. Aber die stapeln sich dann nicht mehr, oder? Ja, juckt mich nicht. Ja, okay. Dann haben wir vier getauscht. Juckt mich nicht, jeje. Hier hat ne Küste, Kompass und ein Schwert. Oh, mein. Haben wir erst mal hier rasiert? Die, die, die werden sich jetzt so denken, so, boah, Alter, mit den legen wir uns nicht an, und dann kommen die in der... Oh, ist die Küste. Ja, und bei mir hier unten nicht. Äh, ich glaub, da sind genug sogar drin. Oder bin ich weg? Oh, ich hab ne Chestplate, ich hab ne Chestplate. Cool. Jetzt krieg ich da wieder meine ranzige Lederchestplate zurück? Deine ranzige. Ja, so, so. Äh, hast du Pfeile? Ja, hab ich nicht, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ja, bin hinter dir. Nö, gar nicht. Ich seh' dich nicht. Hä? Da. Ich weiß. Hier ist die ranzige, da ist das ranzige Zeug. Bitteschön. Danke. Bitteschön. Wölfeile, sei froh. Boah. Ey, ich sollte dich ein bisschen ausrüsten, aber ich hab nen Helm. Einen Helm. Oh mein Gott. Oder, keine Ahnung, ich geb dir jetzt auch mal... Ja, genau, du gibst mir das, was du nicht brauchst, Alter. Dankeschön. Ja, ich hab dir gerade schon mal ein Steinschwert gegeben. Also, eben Hitschein. Ja, aber ein Eisenschwert haben. Das ist ja jetzt besser, wenn du mir ein Steinschwert ge- Ach, komm. Komm. Dich selber mal besser ausrüsten, du kleiner Aureganter. Du nimmst ja auch den Trick von dir. Was soll das? Check Norris Faust? Weiß ich nicht, wenn du das so gut aufgezogen hast. Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich nicht. Ja, ich verpische mich. Pass auf, hinter dir! Behindert! Du dumm im Kopf, Alter. Was ist da unten? Ne, ne, find ich jetzt nicht witzig, ne. Also, du willst die Kiste da haben, oder wie? Ne, lass mich in Ruhe. Du. Hahaha. Die war schon nice. Ach so, die holst du auch. Gut. Nix mehr. Kriegst nix mehr, du Pisser, Alter. Mich dauernd so erschrickst du. Jetzt gleich ein TNT und dann stirbst du. Mach das. Mach das. Oha. Da wäre ich, wenn jetzt nicht mehr rausgekommen hätte, dass mich da reingehittet. Doch. Ah doch, da würde ich sogar eine Höhle. Ne, Niedersetzung. Geil. Oh, hat das eine Kiste? Oh mein Gott, eine Kiste. Oha, nix wieder. Hast du irgendwie Eisen oder so? Ich hab ein Eisen. Einen Stick. Na geil, einen Stick hab ich auch. Guck mal, was du... Hallo, ich hab das verdichtet. Ja, warte, ich will schnell die Kiste und... Nein! Du sollst mal auf mich warten, Mann. So wird das nie was. Doch, wir schauen es. Oh, Alter. Das läuft schon, siehst du. Nö, nö, nö. Das wichtig ist auch da, dass wir Freude haben. Das reicht. Nö, 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 nö. Ich geh mal in das Pharmahaus und hol mir die Kiste. Sag mal leise kurz. Warum leise? Weiß ist denn sowas? Oh. Ich glaub, meine Nachbarn rufen mich, dass ich rauskommen soll. Wir müssen das jetzt mal schnell reisen. Wir müssen reisen hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Du rufen mich doch nö. Oh Gott, jetzt bin ich allein, ich muss dich beschützen. Oh Junge. Oh. Was war das? Doch, die rufen mich doch. Warte mal. Rantale erhalten? Nice. Ich hab mir grad das Archive... Ich hab mir das Archive mit angeschaut und hab mir gedacht, was muss man jetzt machen? Das schaut sich einfach rein. Was sieht richtig aus, Alter? Was sieht richtig aus? Soll ich dir was sagen? Was denn? Meine kleinen Nachbarn rufen mich und... Ich sitz auf einer Büroklammer, die ganze Zeit. Oh. Solange das kein Reifenag hier ist. Und... Ach genau, ne? Ich war gestern in Dresden. Ja, ja, genau. Und... Es war dann eben so dunkel und ich bin dann nicht mehr nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Ja, deshalb hab ich das Fahrrad in Dresden, also nicht in Dresden, aber bei mir eben den Achbaudorf gelassen und... Ja. Wollte ich heute holen. Kommt mir Elina so hinterher gerannt, so... Alin! 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 Der Papa will dich hinfahren. Weißt du, also von ihr der Party. Ja. Und ich so, ja mein Bus kommt aber gleich und so. Also ich hab das erst gar nicht verstanden, dann bin ich da hin. Dann haben die mich da hingefahren und haben mein Fahrrad noch eingeladen und dann musste ich dann unseren 12%igen Berg nicht hochfahren. Das ist schon gut. Das war cool. Das war voll cool. Hey, da ist Wasser in der Luft. Oh, da geht's hoch. Alin! Ja, komm, wir müssen das jetzt mal schnell reißen, bitte. Wir gehen jetzt... Komm jetzt einfach, ich töte dich hier sonst noch, sonst reiß ich jetzt nicht alleine. Ja, sonst töte ich dich. Oha, Eisenheim! Wer töte dich hier? Ich bin eher. Oha! Ich töte dich. Mein Freundchen. Mein Freundchen hier. Jetzt kann ich dich ausrüsten. Ich hab ein bisschen Wasser, während du AFK rumgestanden bist. Wo bist du? Ja, du nimmst ja irgendwie raus, weißt du, ne? Ja, klar. Immer. Oha, ich bin jetzt hier drin. Hallo! Ja. Hier hast du einen Chainhelm. Den hab ich doch schon. Ja, Angst, wenn sie überhaupt wissen. Ich hab eigentlich gar nichts Neues. Ja, warum gibst du mir den Scheiß dann, hä? Keine Ahnung. Platzverschwendung. Mann, Alter, ich kann ausrasten. Ich nenne das die Weltrunde. Stimmt, die anderen haben ja gesagt, sie sollen immer mein Inventär sortieren. Also, dass die den Übersicht haben, weil ich einfach das nie sortiere. Weil ich find, in Survival Games braucht eigentlich das nicht, weil der killt dich einer von hinten und dann ist schlecht. Wie viele sind da jetzt eigentlich noch? Der ist die Rage-Runde, ey. Die Rage-Runde. Der ist nicht, der ist nice hier. Computer, äh, 185. Den müssen wir killen, sag ich dir. Wo ist der? Dann hat er nämlich keinen Computer mehr. Oha. Gut. Ich hab zwei Tränke. Pass auf. Blenden. Ah, scheiße. Na, einen hätt ich noch gebraucht. Was? Einen? Einen Trank. Dann hätt ich einen Levelsch. Ja. Gut, aber eh ohne. Wo gibt's denn hier einen Verzauberungstisch? Hm, keine Ahnung. Ich glaub Mitte. Oder? Nee. Nee, Mitte nicht in irgendeinem Haus. Stimmt, genau. Irgendwo. Irgendwo. Ah, ich weiß wo es ist. Beim Schiff. Beim Schiff ist einer. Da sind wir aber jetzt direkt auf der falschen Seite. Ja, wir gehen jetzt nicht zum Drecksschiff, Alter. Ja. Mann, wir müssen jetzt jemandem was reißen. Wo sind denn die? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Wo seid ihr? Ich hab grad mein Schwert weggeworfen. Da. Richtig gut, Alter. Richtig gut. Ich schau hier schon die ganze Zeit so rum. Aber wir wollen Kaffee trinken. Wir müssen jetzt mal hinten machen. Wo sind die denn? Du trinkst Kaffee? Kaffee trinken heißt... Ich weiß schon. Tuchen und Kakao und... Oh, die Kiste wird wieder aufgefüllt. Ab in die Mitte, wenn wir schon da sind. Ja, warum denn in die Mitte immer gleich? Hallo. Die Kiste wird wieder aufgefüllt. Na gut, da rein alle hin schon. Und dann können wir die killen. Oha, da liegt Zeug. Ja, von mir. Da bin ich hingeworfen. Das hast du nicht hingeworfen, weil... Dann hättest du keine Eisenboots liegen lassen. Ja, ich hab ja Eisenboots. Ja. Aha. Hinter dir, hinter dir. Oha, ich hab gemeint, du hast mich schon wieder zum Spaß gehittet. Nein. Gut, den holen wir uns aber jetzt wirklich. Weil der hat mich jetzt grad so derbst runter gemacht, die Null hier. Im Ernst hatte ich einmal gehittet. Jaja, aber trotzdem. So, jetzt. Komm her, du Null. Oha. Warum hättest du mich? Da ist noch einer. Da sind zwei. Komm. Ja, Mann. Der ist tot. Drei Eisen. Immer nimmst du meine Leute. Ich hab drei Eisen. Psst. Ich hab drei Eisen. Ich muss mich ankirschen. Ich bin auch dabei. Da kommt noch einer. Nee. Bin tot. Computer. Bin tot. Bin tot. Komm, komm, komm. Komm her. Wie soll ich denn kommen? Nein. Tracer's time. Nee, nee, nee. Nee, verfolge mich dir. Der ist genau hinter dir. Ja, ja, ja. Aber. Wo? Immer noch? Ja, klar. Die ganze Zeit. Wow. 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 Ja, Mann. Ich werd tot. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Scheiße. War das eine geile Runde. Oh, Mann. Aber so cool. Das war der F-Match. Richtig, richtig, richtig gut. Oh, Mann. Okay, gut. Wenn's euch gefallen hat, würden wir uns beide über einen positiven Daumen. Über einen positiven Daumen. Ja, immer. Ja, positiven Daumen. Wir freuen uns über ein paar Kommentare und Jui. Willst du noch wissen? Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüssi.